Die sind schön finde ich gut. Aber die sind auch begeistert. Ja. Ich finde Hellcats auch. Ich glaube mit Abstand die geilste. Lüge, Türen. Ich finde Hellcats haben auch was. Den Zeller finde ich nicht okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Keine Sorgen. Ich spawne dich. Ich spawne dich. Du lebst weiter. Geil. Milch tut für dich. Doppel. Geil. Da ist einer drin. Von der Schiff hin. Was ist das? Geil. Oh mein Gott. Der hat mich geholt. Holy shit der hat ja alles. Oh mein Gott. 150. Tschüss. Fett. Was? So eine Charge ist aber auch so ein geiles Ding. Sag ich dir ehrlich. Geil. Ich liebe Charge. Einer meiner favorite Shotguns of all time. Bro. What? Du weißt selber. Charge hat was spezielles. Wenn man die kann ist die Kramp krank. Schau. Nicht mal aufgeladen 150er. Das ist einfach insane. Aber ich fand das hat immer recht abgekackt. Bei so Clips und so. Trotzdem hat die C-Sneider der geilsten. Aber Gnety war am geilsten. Egal. Das hat richtig gewollt. 100 auf meinen. Oh mein Gott. Alles für dich lebe. Du kannst dich lösen. Weiß ich jetzt nicht. Ich hab drei Madcats, sechs Minis. Du musst jetzt nicht mal respawnen. Ich werd grad gepusht nämlich. Und ich werd nicht wieder geklebt. Soll ich respawnen? Ja, ja. 20. Dead. Und mir liegt alles. Ich hole meine Art nicht. Ich muss hier in game. Dirty. Mir liegt ne blaue Pump und ne blaue Air wenn du willst. Ja, ist nur die meine. Ich bin wieder tot glaube ich. Keine AP sein. Lecker aus. Oh mein Gott. Ich hab die Madcats vergessen. Ah, ich bekomme auch so das was man will. Keine TV. Dead. Unter mir. Genau unter mir. Ich hab Madcats, komm her. Komm her, komm her. Wir nehmen dich, wir nehmen dich, komm her. Dead. Oh nein die. Ich bin der Beste. Deswegen lieb ich Charged dead. Du kannst aber niemanden runter spielen. Wenn jemand Charged gegen dich hält. Was ist hier zu tun? Bist du Besser oder Felix? Keine Ahnung. Overall, Felix safe. Und ich ehrlich. Nur so in den Aspekten muss ich halt gut, wenn ich halt besser als fertig habe. Overall, Cleaten fehlt halt. Oh mein Gott. Einer. Der, 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 der. Der hat ein. Oh mein Gott. Der geht doch so nisch. Da ist einer noch drin. Wo? Hier? Im Brick unten. Ja, da. Dead. Tunnel. Wie findest du den Trailer? Ich finde den, okay, Bro. Warum fragst du? Du hast es jetzt gerade siebenmal gefragt. Also das ist doch insane. Ich glaube das ist jetzt schon das 17 Mal, wo du gefragt hast, wie ich den Trailer finde. Wie soll ich den Trailer finden? Soll ich ihn jetzt exzellent finden? Soll ich den jetzt nur Orgasmus dabei bekommen haben? Ja, aber du willst die Frage eigentlich, wie findest du den Trailer? Ja, aber wie findest du den Trailer, Bro. Wie findest du den Trailer, Bro? Ich hab gemäßt, ich bin tot. Der stirbt nicht. Und wer ist auf meine Karte? Blubild, verpiss dich, ich mach keinen Warnung gegen dich. Ich werde von einem anderen gerade gefeet. 2 Sekunden, 1 Sekunde. Kann ich dir helfen? Alle neben drinnen. 60 packt. Gleich weit. Er ist dead. Hier, Grappler. Oh mein Gott. Komm, wo der Nock ist. Hab ihn. Ich sehe den Nock. Ich bin banned. Das hat wirklich nichts. Oh mein Gott, der hatte ja richtig scheiß Loot. Oh mein, hä? Über dir oder wo? Hinter dir. Ich glaube im Haus, Bro. Hinter dir, hinter dir. Auf dem Heel. In der Luft. Wie talentiert bin ich dafür? Er ist gestorben, btw. Ich bin der talentierteste Spieler. Ich bin der talentierteste Spieler, der sowas angeht. Oh, das ist right, das ist right, das ist right. Der, ich bin glaube ich wirklich der... Dass man kein Saufen bekommt, bockt nicht, Digga. Oh, Spaß, Digga, endlich. Ich bin wirklich der smarteste Spieler für das, was ich gerade getan habe. Wow. Wie hast du ihn überhaupt gekillt, Digga? Ich hab, nein, ich hab ihn in die Luft geschossen halt einfach. Das meinte ich mit dem Cardfight halt. Ich hab ein Blick für dich. Hab ihn. Er scharf greift auf mich. Über dir. Oh mein Gott. Ich geh sparen. Okay, Sekunde. Ich bin nicht weit ab hier, also low, Digga. Spotter. Ich hab auf meiner Karte langen Medkit. Ich lande innen drinne. Verpackt. Dead. Nice, ja, das war der low. Der beste Windbucher. Low. Oh mein Gott. Das sind mehrere hier. Nicht sterben. Ich bin dead. Ja. Dead. Oh, ich bin tot. Noch nicht. Ich lebe. Ein AP. Ich bin dead. Glaube ich. Alright. Ein AP-Klatsch, oder was? Oh mein Gott. Können wir meine AP an? Ah, fuck. Ich hab das Medkit genommen. Oh, okay. No, der loot-drop noch neben uns. So, der loot-drop neben uns. Ich bin grad sehr beschäftigt, Out-of-Zone zu schauen. Oh, der loot-drop. Der Camp zähl ich immer an einem Bosch oder da? Dead. Oh, ja. Geiler loot-drop mal wieder vom loot-drop, ey. Genau das, was ich gebraucht hab, ey. Ich schockere, so doch. Wollte den Biki nicht abbrechen jetzt. Ich bin tot. 59 weit. Äh, 95 weit. Ich bin tot. An mir. Genau an mir. 100 auf den anderen. Ich kann mal. Oh mein Gott, 175, tot. Oh mein Gott. Das war crazy. Das war nicht gewollt, aber hat geklappt. Oh mein Gott. Oben auf den Hehl. Oh, Mad-Kid. Oh. Ja, ja, ja. Wer ist das im Hintergrund, meine Mom? Das ist ja ein geiler Pampa, das aber gerade schaut. Holy shit. Mal hoch. Oh mein Gott. Oh Gott. Was ist das? Oh, Meme Pistole. Oho, Meme Pistole. So ein scheiß Name, digger. Ich möchte schlechtes Meme Pistole mehr. Oho. OOIE. Oh mein Gott, digger. OOIE! Eeeh! Wooppa! Vollblocked! 120, dead Alles sauber Best der immer wieder, Chat, ne? Oh, ey, ey, meine Memme fesselt, will ich nicht jobben Ey, ey, ey! Gib den Scheiß wieder auf. Top 2, by the way. 1v2 Job, go Hier im Bolsch Ne, ja, da 100 Alright Alright, alright, alright Was sagen wir das? Tutocast Tee Das war eine Legende Der war immer der letzte Sache bei der TikTok für you Tee Könnt ihr mir helfen? Ich weiß nicht, was hier ist hier Könnt ihr mir helfen? Ich weiß nicht, was ich auf meine Maustassen packen soll Deine Keybinds Ich hab bald schon die Bautassen Digga, ich weiß nicht, wo ich mir einen Spannchen packen soll Ich hab's auf Y Ich hab's auf G, Digga, ich drück wirklich nie G, ne? Nicht einmal in Runde Simon, ich sprint das so Doch, manchmal schon Also manchmal erinnere ich mich dran, dass ich zu sprinten muss Aber ich vergesse es eigentlich jedes Mal Ja, tagetiert dafür Ab auf B, B ist tagetiert Osberg Das ist natürlich Der 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 Ich bin nicht zufrieden, was da drin ist. Ja. Investitionen damals gemacht, vor der Daumen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Dann bin ich so. Und, äh... Oh, sollst du denn dein Account kaufen, oder was? Ne, ja. Guck mal, in dein FL? Äh, gar nicht. Ist geschlossen. Spass. Äh, gestern, ich wurde gestern gestreapsed, ne? So im Late-Night-Relot, ne? Der Titel hat mich gestreapsed, ich schaue so heute früh auf TikTok, Digga. Auf einmal, er postet das. Er postet das. Was ist das? So unangenehm, ne? Das muss jetzt...